Wenn du was erleben willst, dann öffne Auge und Ohr. Die Welt ist voller Wunder, du stehst jeden Tag davor. Geheimnisse in jeder Blume und in jedem Baum. Der kleine Elf erzählt davon, ich wett, du glaubst es kaum. Sei achtsam, sei wachsam, mach's wie fidel wie du. Denn Elfen können helfen, hör nur mal ganz gut zu. Die Menschenwelt braucht Hilfe, ganz besonders auch von dir. Die Zukunft liegt in unserer Hand, mach mit, das schaffen wir. Wenn du die Erde schützen willst, dann öffne Auge und Ohr. Man kann so viel tun, doch oft tut man sich davor. Es ist oft gar nicht schwer, man muss sich einfach nur mal trauen. Der kleine Elf erzählt davon, ich wett, ihr glaubt es kaum. Sei achtsam, sei wachsam, mach's wie fidel wie du. Denn Elfen können helfen, hör nur mal ganz gut zu. Die Menschenwelt braucht Hilfe, ganz besonders auch von dir. Die Zukunft liegt in unserer Hand, mach mit, das schaffen wir. Und unsere Welt, liebe Kinder, ist voller Wundern, die es zu entdecken gibt. Dafür reicht diese eine Show, die wir heute machen, natürlich nicht aus. Deshalb haben wir für euch, liebe Kinder, ganz, ganz viele Shows vorbereitet, die die nächsten Wochen live gestreamt werden und die ihr anschauen könnt. In diesen Shows möchten wir euch die Geheimnisse unserer Erde zeigen. Wir erforschen, wie wir es schaffen, mit Sonne, mit Wind, mit Wasser und mit ganz viel Elfenpower die Erde zu schützen. Du bist was ganz Besonderes, mit Mund, mit Auge, mit Ohr, mit Kopf, mit Bauch, mit Fuß, mit Hand und ner Nase noch davor. Du bist so einzigartig, weil du jeden Tag was lernst. Und wenn mal wer was anderes sagt, dann nimm ihn bloß nicht ernst. Sei achtsam, sei wachsam, mach's wie Fidel, wie du. Denn Elfen können helfen, hör nur mal ganz gut zu. Die Menschenwelt braucht Hilfe, ganz besonders auch von dir. Die Zukunft liegt in unserer Hand, mach mit, das schaffen wir. Noch einmal! Sei achtsam, sei wachsam, mach's wie Fidel, wie du. Denn Elfen können helfen, hör nur mal ganz gut zu. Die Menschenwelt braucht Hilfe, ganz besonders auch von dir. Die Zukunft liegt in unserer Hand, mach mit, das schaffen wir. Ich glaub, das schafft auch ihr. Die Menschenwelt wird dargestellt. ulation Untertitelung des ZDF, 2020